Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed 3. Ja, wie versprochen, bin ich den Weg hier schon mal hergelaufen? Und natürlich freue ich mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ja, diese kleinen Meterchen hier können wir ja noch schnell rüberflitzen und dann werden wir erfahren, was in der Truhe drin war. Obwohl zumindest. Nicht, dass da wieder so ein Startsdrama draus gemacht wird. Schnellreise war nicht möglich. Warum auch immer. Egal. Vermutlich war es wieder irgendwas Sinnloses, nur damit wir diesen Test bestehen hier. Oder es war wohl mehr oder weniger ein Test. Ich hab was du wolltest. Aber ich muss wissen, wer's dorthin gebracht hat und wozu. Ich war's. Ich brachte es dorthin, wo nur ich es erreiche. Doch das ist sehr lange her. Wem hat das einst gehört? Es ist der Umhang des ersten Assassinen, der in die Kolonien kam. Habe ich den jetzt gekriegt, oder? Das war doch die, oder? Da ist die von Ezio. Okay. Oh. Jetzt gibt's hier wieder eine Siedlung. Ich bin... Es ist verzwickt. Egal. Gehen wir da hin. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingestellt habt. Hab ich das schon gesagt. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass du wieder eingestellt hast. Ich hoffe, es geht euch gut. Es geht dir gut. Und... Ja. Alle, hop, sass, äh. Uuuuuh. Höher als ihr dacht. So. Natürlich. Was gefällt ihr? Ich möchte ihr etwas schenken. Ich weiß es wirklich nicht. Na gut. Ich spreche mal mit Prudence. Vielleicht kann sie helfen. Wenn die zum Arsch der Welt wiederlebt, ne? Oh, Mann. Freunde, ich hab keine Zeit für so einen Kack hier. Euer liebes Gedöns hier. Jeder liebt hier jeden. Aber ich darf nicht und krieg wieder nichts ab und bleib am Ende der einsame Indianer oder... Ja. Das ist doch kacke. Okay. Okay. Ich lasse mal bei euch. Ok. Ok. Jo, jo, alles klar. Tanne ist immer gefährlich. Oh, Prudence. Prudence. Guten Tag, Connor. Norris will einer Dame den Hof machen. Was mögt ihr Frauen denn so als Geschenk? Also mir macht ein Strauß Wildblumen immer viel Freude. An wem ist Norris interessiert? Das möchte ich nicht sagen. Verständlich. Die Schönsten wachsen auf dem Hügel im Nordwesten. Sie sind schwer zu erreichen, doch dort in der Sonne wachsen sie groß und stark. Jetzt muss ich die Dinger holen, ne? Nekomio. Oh, cool. Oh. Oh. Ich wollte gerade sagen, hier gibt es Kühe, aber natürlich gibt es hier Kühe. Oh! Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, Mann. Oh man. Oh ich dachte er hält sich nicht fest, dann wär er jetzt aber im Arsch gewesen du. Das war's für heute. War ja easy. Bleib doch einfach weg, Mensch. Dann muss ich sowas auch nicht machen. Okay. Was denn jetzt? Angst, Schiss oder das? Kann du Mineralien Stufe 2 herstellen? Ich hoffe, das war's jetzt hier. Es ist ein Rattenschwanz, ich hab's vorhin gesagt. Immer wenn man jetzt eine macht, kommt ne neue wahrscheinlich. Kann ich... Ich sehe, vertragt ihr euch wieder? Oh ja, wir gehen uns immer wegen irgendwas an die Gurgel, doch... Meist vertragen wir uns am Ende wieder. Der Gedanke, dass meine Familie in Gefahr ist, hat mich kalt erwischt. Und Terry weiß, dass er mich nie besiegen könnte. Du Ratte! Er hat diese Boltzbahn gebaut, damit er mich bei irgendwas schlägt. Das klappt bloß nicht, was Terry? Ich lag in Führung, bis Connor vorbeikam. Sicher warst du das. Was muss ich machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Und jetzt? Lob? Der beste Wolf seitlich dieses Spielspiel. Ja, war mir klar. Irgendwie sind die immer viel zu doll. Nein! Gerader Wolf. Ah ja! Meiner? Seiner. Äh. So. Ui. Entschuldigung. Meiner. Meiner. Deiner. Kacke. Die kann ich auch was hinwerfen, wo ich will, oder? Wie viele Runden gibt's denn? Guter Wurf. Oh, fuck. Damit kann ich leben. Oh, Mann. Oh, Mann. Nö. 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 Ich hoffe, wir spielen bald wieder. Gewohnen. Okay, war aber nett. War wirklich mal was anderes. Bowls. So. Gucken wir mal da drüben nochmal. Vielleicht ist dies ja jetzt die letzte Nehmission vorerst. Also, Siedlungsmission. Oh. Was ist los hier? Baby, Julius. Willst du's ihm sagen, Liebling? Ich bin schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Das wurde aber auch Zeit. Es gibt da jedoch ein kleines Problem, fürchte ich. Nicht ein Arzt, weit und breit. Nun, dann suchen wir einen. Ich kenne einen, der vielleicht herziehen würde. Sein Name ist Dr. Lyle White. Ist lange her, dass wir ihn gesehen haben. Aber versuch es bei seinem alten Haus in Boston. Klar, warum nicht? Klar, warum nicht? Ich muss zwar eigentlich nach New York, aber ich kann ja mal einen Abstecher nach Boston machen. Warum eigentlich nicht? Wer, 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 wer ist hier aber? Das hier müsste doch Boston sein, oder? Machen wir mal. Ich glaube, das ist der Weg nach Boston. Ich glaube, das ist der Weg nach Boston. Was ist da von hinten aus wie seine Mutter? Jawoll, genau. Wir wollen kurz nach Boston. What man nicht alles tut für seine Siedlung. Schnellreisepunkt vielleicht. Eventuell vielleicht. Nehmen wir den. Was stand da? Status Templer. Zornige Bürger Und geh runter. Runter. Dr. White? Nein, er ist der Trunkenbold hinter der Ecke da. Sollte er euch zuhören, sagt ihm, ich kündige. Er macht nichts als Ärger. Das wird mir langsam zu gefährlich. Ich habe Familie. Der Trunkenbold da hinten. Das sind alles Lügen. Glaubt ihr etwa alles, was in der Zeitung steht? Das ist ja, was in der Zeitung steht. White. Ja? Mein Name ist Connor. Und wie kann ich dir helfen? Noch ein Zitat für die Zeitung, um es gegen mich zu verwenden. Ich mache dir ein Angebot. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Doktor, den die Briten in der ganzen Stadt verleumdet haben. White Death. Nicht? Freunde gaben mir deinen Namen. Warren und Prudence. Prudence ist schwanger und braucht die Hilfe eines Doktors. Prudence ist schwanger? Die haben es seit Jahren probiert. Vielleicht ist ein Tapetenwechsel genau, was ich jetzt brauche. Okay. Schön, wenn ich helfen konnte. Jetzt müssen wir aber mal nach New York. Ins Grenzland. Jawohl, bitte. Brauchst du doch gar nicht rufen. Mensch, Connor. Ja. Bekannt als Grad 1. Gegner können sie entdecken. Scotchplanes. Ich könnte so gut Pfeile gebrauchen. In New York waren wir noch gar nicht, oder? Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Buchst du doch mal nach haади Our first? Als wir noch nie warten können. Ben mir nicht dran so gut ging. Naha. Doch, du bist doch ein Stricher. Also, was ist dein Gewinn bei all dem? Derselbe wie deiner. Frieden, Stabilität. Ein Land, in dem alle Seite an Seite leben. Frei und gleich. Dann schließ dich doch der Bruderschaft an. Mein Vater war ein Assassinen. Ein recht guter dazu, soweit ich weiß. Aber ich hoffe, eines Tages Kinder zu haben. Es ist schwer, in zwei Welten gleichzeitig zu leben. Also entschied ich mich für eine. Ich verstehe. Ich helfe immer noch, wo ich kann. Deshalb sind wir jetzt hier. Tatsache, hier waren wir noch nicht. Oh, ich dachte gerade, ganz schwach erinnere ich mich an diese Mission. Was kannst du mir bei Thomas Hickey sagen? Aber das war wohl eine von Red Dead Redemption. Gibt es hier eine Karte? Ah, guck, sage ich, hier gibt es alles neu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Aber alle beisammen. Da hinten waren keine, ne? Ne. Da hinten waren wir noch nicht. Wo will er denn ganz hin, Alter? Es gibt Gerüchte über Falschgeld aus dieser Gegend. Zweifellos stammt es von Thomas. Was soll das? Das ist kein Geld. Nur buntes Papier. Du hast mich zum letzten Mal betrogen. Wache! Bevor wir das machen, werde ich die Folge einmal beenden. Morgen folgen wir ihn dann ganz unauffällig. Ähm, ja. Ich bedanke mich fürs Zugucken, Freunde. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Und bis dahin. Ciao, ciao.